peace freunde was glaubt herzlich willkommen zum neuen video mein name ist sero das ramso ich bin leider ein bisschen heiser und zwar wollten wir ein kurzes ankündigungsvideo jetzt zu dm machen zuerst am sonntag wird kein video kommen das kommt dann die woche danach montag dienstag oder so werden blogs drehen zwei wahrscheinlich schnell und die kommen halt am montag dienstag wie gesagt dann werden wir ein gewinnspiel für euch machen wir kriegen wieder hüllen von sleeve schief peace an dieser stelle und die sind leider noch nicht da werden die blog dann öffnen seht ihr dann aber soll ich jetzt mal wie ihr mitmachen können und zwar könnt ihr einfach zu uns kommen und euch eure teilnahme also rieten teilnahme los mäßig holt euch das ab mit einer zahl mit einer zahl wir werden da irgendwie was vorbereiten das heißt eure teilnahme teilnahme ticket ab und folgt uns am besten auf instagram weil da wird die auslosung stattfinden später am tag abends oder so dann könnt ihr euch abends oder am zweiten tag das abholen falls an zeit nachdem ihr da seid schicken wir euch das zu oder so ist ja kein problem aber wir müssen auf jeden fall uns antworten damit wir wissen dass ihr oder damit wir wissen dass ihr wisst dass ihr gewonnen habt sonst losen wir halt neu aus ne also folgt auf insta und natürlich auch auf youtube abonnieren wir wollten 800 folgen machen haben es nicht geschafft aber vielleicht schaffen wir das aber wir haben uns zwei tage ansonsten sind wir also noch mal ganz kurz auf der dm kommt auf uns zu und fragt für einen los für das gewinnspiel ja sagt wir wollen mitmachen dann können wir uns seht kommt ja ist natürlich auch begrenzt das heißt wir müssen schnell sein wir schauen viele lose wir abgeben oder vorbereiten wird auch spannend und ja wie wir das andere dann verlosen schauen auf die dm das machen wir spontan und falls ihr gut seid und toppt und bock auf dem profil habt meldet euch auf jeden fall bei uns kommt auf uns zu wir machen eins falls ihr mit top 32 oder top cut oder falls ihr day 2 schafft und richtig spicy der kappt so creme maju gemischt mit dingen mit deiner morphia und agents und agents dann kommt mit der trüder machen wir das auch ja so halt was gibt's noch wir werden auch sehr viele da sein das heißt auf jeden fall durch alle vorher und halt euch an die policies so damit wir alle da schön atmen können wir tragen auch alle masken an alle die mir gestern geschrieben 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 haben wegen weil ich meinen abschluss habe danke also da waren zahlreiche nachrichten sehr korrekt von euch was wollten wir noch sagen ich wollte einmal hier den park zeigen zeig mal wie schön es hier ist auch mit dem blumen mit dem blumen wir sind gerade im candy park by the way ja was glaubst du da gab es noch was ach so ich hab noch was und zwar habe ich mir jetzt also ich hatte schon twitter aber ich mache das jetzt wieder folgt mir auf twitter weil da werde ich jede runde halt immer posten wie wir stehen und so wir werden das nicht ins blog rein tun weil keine ahnung vielleicht wenn was cooles passiert aber es ist jede runde folgt mir auf twitter sello ein sech misst du das halt auch guckt in die beschreibung so und zum schluss noch mal weil es immer so gut gewirkt hat schon zwar heiß aber verdammt noch mal ihr müsst abonnieren wir müssen ja auch zusammen schaffen wir haben noch zwei tage schaffen wir das video sehen schaffen wir das wir schaffen das leiten natürlich nicht vergessen und ja seid gespannt auf die blogs von der dm ist auf die blogs wir freuen uns wirklich sehr und ich hoffe ihr werdet auch alle euren so spaß haben weil ich denke man dass jeder sich darauf hat das ist ja so seit langem das erste große event wieder 2000 leute alle tickets wurden verkauft und ja erscheint zahlreich dort sehen uns die 1 60 ist raus